Willkommen zum dritten Teil unseres EKG-Crash-Kurses auf Medikalisch. Für dieses Video sind die Themen Schenkelblock, Vorhofleitungsstörungen sowie faszikuläre Blockbilder vorgesehen. Wir hatten in den vorherigen Videos bereits den Weg und die Ausbreitung eines elektrischen Signals im Herzen besprochen. Um kurz noch einmal zu rekapitulieren, das Signal wird im Sinusknoten generiert, über die Vorhöfe zum AV-Knoten weitergetragen, um anschließend das Hisbündel und noch weiter peripher die beiden Kammerschenkel zu erreichen. Diesen schließen sich dann die Faszikel an. Sind beispielsweise die Vorhöfe pathologisch verändert, so resultiert daraus auch eine veränderte elektrische Überleitung. Diese Veränderungen lassen sich klassischerweise im EKG beobachten und sogar differenzieren. Beim Krankheitsbild des P-Dextro-Atreal, das übrigens im Klinik-Jargon auch als P-Pulmonale bezeichnet wird, kommt es, aus welchem Grund auch immer, zu einer Dilatation, also Überdehnung bzw. Vergrößerung des rechten Vorhofes. Die Begrifflichkeit P-Pulmonale soll dabei verdeutlichen, dass die Dilatation durch einen Druckanstieg in der pulmonalen Strombahn, also in dem Gefäßgebiet der Lunge, bedingt ist. Denn hier staut sich dann das Blut im rechten Vorhof und dieser vergrößert sich reflektorisch. Allerdings ist dies nur ein Krankheitsbild, das zu einem P-Dextro-Atreal führen kann, nicht aber die einzige Ursache. Wie dem auch sei, ist der rechte Vorhof somit krankhaft vergrößert, so nimmt die Amplitude der P-Welle im EKG typischerweise zu und erreicht Werte von über 0,25 mV. Dies ist also das elektrokardiografische Zeichen eines P-Dextro-Atreal. Es gilt jedoch zu beachten, dass auch der linke Vorhof dilatieren kann. In diesem Fall sprechen wir dann von einem P-Sinistro-Atreal. Auch hier existiert wieder eine alternative Bezeichnung, die durch eine der zugrunde liegenden Ursachen abgeleitet wird. Bei einer Mitralklappenstenose kommt es zu einer Volumenbelastung des linken Vorhofes, der sich schließlich vergrößert. Aus diesem Grund nennt man dieses Krankheitsbild auch P-Mitrale. Im EKG wird diese Dilatation klassischerweise durch eine zeitliche Verlängerung der P-Welle charakterisiert. Das heißt, sie dauert mehr als 100 Millisekunden an. Ganz typisch ist auch die sogenannte Doppelgipflichkeit. Sofern die vorausgegangenen Krankheitsbilder kombiniert auftreten, so lassen sich auch alle aufgezählten Veränderungen im EKG wieder beobachten. Hier ist also die Amplitude der P-Welle auf mehr als 0,25 Millivolt angehoben und die Dauer der P-Welle verlängert. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass eine Doppelgipflichkeit nicht immer deutlich ausgeprägt ist und im Zweifelsfall auch fehlen kann. Schenkelblockbilder sind komplexe Erkrankungen, deren Diagnose aber essentiell ist. Einige Arten werden sogar, zumindest anfänglich, wie akute Herzinfarkte behandelt. Jene Blockbilder spielen sich peripher des AV-Knotens ab. Der Mensch verfügt über zwei Kammerschenkel. Einer zieht zur linken Kammer, der andere zur rechten. Der linke Kammerschenkel teilt sich dann noch in zwei Fascikel auf. Sofern nun Störungen in jenen Kammerschenkeln vorliegen, so sprechen wir dann von intraventrikulären Leitungsstörungen oder einfacher gesagt vom Schenkelblock. Diesen ist gemeint, dass alle Formen und Typen die physiologische Dauer des QRS-Komplexes von 100 Millisekunden überschreiten. Beim inkompletten Schenkelblock, also nur einer partiellen Störung im elektrischen System, beträgt diese Dauer nämlich zwischen 100 und 120 Millisekunden und bei einer kompletten Blockierung entsprechend über 120 Millisekunden. Da der Mensch zwei Kammerschenkel besitzt, so können auch beide erkranken. Beim Rechtschenkelblock kommt es, neben der Verbreiterung des QRS-Komplexes, auch zu dessen Dekonfiguration, sodass der QRS-Komplex letztlich in den Ableitungen V1 bzw. V2 wie der Buchstabe M ausschaut. Infolge dieser elektrischen Störungen treten übrigens auch Erregungsrückbildungsstörungen, wie etwa in Form von SD-Streckensenkungen, die wir im ersten Video der Reihe besprochen hatten, auf. Diese sind aber nicht zwangsläufig Ausdruck eines Herzinfarktes, sondern als Effekt der elektrischen Störung per se anzusehen. Auch beim Linkschenkelblock erkennen wir einen M-förmigen QRS-Komplex, doch hier in den Ableitungen V5 bzw. V6. Dies ist aber kein absolutes Kriterium. Wenn die Störung sehr weit distal, also erst im tiefen Herzmuskel auftritt, so lässt sich unter Umständen nur noch in den entsprechenden Ableitungen eine Verbreiterung der R- und S-Zacken beobachten. Dies kann beispielsweise als Folge einer tiefen Myokardschädigung infolge eines Infarktes, also einer Minderdurchblutung auftreten und ist stets abklärungsbedürftig. Im Allgemeinen gilt die Faustregel, je weiter peripher, also vom AV-Knoten weg, die Störung, umso schwerwiegender die Erkrankung. Nur noch am Rande, je nach Literatur schwankt die Definition eines inkompletten Schenkelblocks. Einige sprechen von diesem Krankheitsbild bei einer QRS-Dauer zwischen 100 und 110 Millisekunden. Ein inkompletter Rechtschenkelblock ist auch des Öfteren ohne pathologischen Wert. In einigen Fällen kann die Unterscheidung zwischen einem Rechts- und Linkschenkelblock dem Auswerter des EKGs schwerfallen. Hier lässt sich aber ein kleiner Trick anwenden, der erstaunlich gut funktioniert. Um diesen anzuwenden, muss zunächst der Punkt der endgültigen Negativitätsbewegung markiert werden, das heißt jener Punkt im QRS-Komplex, ab welchem es nur noch abwärts bis zur letzten S-Zacke geht. Markiert man nun die entsprechenden Punkte in den untereinanderliegenden QRS-Komplexen in den Brustwandableitungen und zieht eine gerade Linie durch jene Punkte, so ergibt sich beim Schenkelblock klassischerweise eine zur Seite verlaufende Linie. In unserem Beispiel sind nur die Ableitungen V1 bis V3 aufgeführt, aber man sollte die Linie natürlich bis V6 fortsetzen. Verläuft nun jene Linie nach links, wie hier dargestellt, so handelt es sich hier um einen Rechtschenkelblock und entsprechend deutet eine nach rechts ziehende Linie auf einen Linkschenkelblock hin. In dem Beispiel rechts oben erkennt man übrigens einen M-förmigen QRS-Komplex. Mit etwas Fantasie kann man tatsächlich ein M erkennen. Welche Konsequenz kann die Diagnose eines ganz akut aufgetretenen Linkschenkelblocks haben? Tatsächlich gilt, jeder neu aufgetretene Linkschenkelblock entspricht bis zum Beweis des Gegenteils einem ST-Hebungsinfarkt, das heißt einem Herzinfarkt. Dies ist dadurch bedingt, dass ein akuter Linkschenkelblock als direkte Folge eines Infarkts auftreten kann. Dann gilt es, diese Veränderung schnell abklären zu lassen. Des Weiteren können wir auf dieser Folie einen weiteren Spezialfall erkennen. Der QRS-Komplex ist zwar auf über 120 Millisekunden verbreitert, es fehlt aber die typische M-förmige Konfiguration. Stattdessen finden wir hier eine breite R- und S-Zacke vor. Wie bereits erwähnt, ist dies häufig Ausdruck einer tiefen Myokard, also Herzmuskelschädigung. Auch dies sollte abgeklärt werden. Nun haben wir auch den letzten Abschnitt des Videos erreicht. Der linke Kammerschenkel teilt sich in seinem Verlauf in zwei wesentliche Faszikel auf, in einen etwas Kaliber schwächeren, linksanterioren Faszikel und etwas größeren, linksposterioren Faszikel. Da der linksanteriore Faszikel kleiner ist, manifestieren sich hier Störungen schneller. Sind beide Faszikel blockiert, so resultiert hieraus natürlich, wenn auch indirekt, ein Schenkelblock, obgleich der linke Kammerschenkel selbst noch intakt ist. Sind seine Abgänge blockiert und somit kann das elektrische Signal dennoch nicht adäquat weitergeleitet werden. Ist die Überleitung in einzelnen Faszikeln blockiert, so ergeben sich Faszikuläre Blockbilder, bei welchen der QRS-Komplex typischerweise nicht allzu breit ausfällt. In der Regel dauert dieser nicht länger als 110 Millisekunden an. Auch fehlt die M-förmige Konfiguration. Der Ausfall des linksanterioren Faszikels wird durch einen überdrehten Linkstyp sowie tiefe S-Zacken in den Ableitungen V5 bzw. V6 charakterisiert. Wir erinnern uns, tiefe, persistierende S-Zacken in diesen Ableitungen finden wir beim Herzgesunden eigentlich nicht vor. Beim linksposterioren Hemiblock, also beim alleinigen Ausfall des größeren Faszikels, zeigt sich typischerweise ein rechts- bzw. überdrehter Rechtstyp. Auch findet man kleine Q-Zacken in 2, 3 und AVF. Auf dieser Folie können wir folgende Merkmale erkennen. In Ableitung 1 ist der QRS-Komplex überwiegend positiv, in den Ableitungen 2 und 3 jedoch eher negativ. Daraus ergibt sich das Schema positiv, negativ, negativ. Wenn wir uns an das erste Video der Reihe zurückerinnern, so stimmt dieses Schema mit einem überdrehten Linkstyp überein. In den Brustwandableitungen nehmen wir an, dass der QRS-Komplex 110 ms andauere. Auch erkennen wir tiefe S-Zacken in V5 und V6. Normalerweise sollte zumindest in V6 keine S-Zacke mehr erkennbar sein und schon gar nicht in dieser Ausprägung. Wir finden also hier die Kombination überdrehter Linkstyp und tiefe S-Zacken in V5 sowie V6. Dies entspricht dem linksanterioren Hemiblock. Das heißt, es liegt eine Störung im linksanterioren Fassikel vor. Ich hoffe, dass das Video euch nicht allzu sehr verwirrt hat. Übrigens findet ihr auf meiner Website die Videos in chronologischer Reihenfolge mit den dazugehörigen Sprachaufnahmen in niedergeschriebener Form. Bis dann!